Aaron Johansson ist seit drei Jahren bei Werder Bremen und absolvierte in dieser Zeit nur 29 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. Eine Zahl, die erschreckend niedrig ist, aber vor allem daran liegt, dass der US-amerikanische Nationalspieler immer wieder lange verletzt ausfällt. Aktuell ist wieder so eine Phase, doch Johansson zeigt sich zuversichtlich, zu Beginn der Vorbereitung Anfang Juli sah alles normal aus. Der 27-jährige Stürmer kehrte von einer Sprunggelenksverletzung zurück und absolvierte mit der Bremer Mannschaft Trainingseinheiten und Testspiele. Rückblickend sagte Johansson gegenüber der Deichstube nun, da wollte ich unbedingt dabei sein. Und weiter, aber das Sprunggelenk war noch nicht gut genug. Vielleicht hätte ich länger pausieren sollen, kam Beck noch 2018 und so kam seine Verletzung im Sprunggelenk, die er nicht genau definieren möchte, wieder zum Vorschein. Wieder fehlt Johansson, für die Werder-Anhänger fast ein gewohnter Dauerzustand, doch so etwas möchte der Stürmer nicht hören. Er sagte, viele Verletzungen waren es gar nicht, eigentlich nur drei. Aber die waren alle ein bisschen komisch, komisch, richtig. Vor allem waren sie alle kompliziert und die Ausfallzeit sehr lange. Trotz weniger Einsätze beteiligte sich Johansson bereits an neun Werder-Treffern. Aktuell arbeitet Johansson an seiner erneuten Rückkehr ins Team. Zweimal täglich schuftet er dafür im Kraftraum. Laufeinheiten auf dem Platz sind noch nicht drin. Sobald diese möglich sind, geht es aber steil aufwärts, wie Johansson verriet, wenn du lange nicht auf dem Platz warst, fühlt sich das erste Mal unglaublich an. Kleine Erfolge machen dich dann sehr glücklich, und diese kleine Erfolge sind elementar wichtig für die Rückkehr. Noch in diesem Jahr werde ich wieder auf dem Platz stehen, kündigte Johansson an. Punkt. Dann, hoffentlich, länger. Punkt.